Wir gratulieren den Gewinnern des Immobilienmanager Award 2015 in der Kategorie Social Responsibility. Herzlichen Glückwunsch meine Damen! Was bedeutet Ihnen denn diese Auszeichnung? Es ist total klasse diese Auszeichnung, weil sie geht hauptsächlich auch an die Mitarbeiter der Berlin HIP und darüber freue ich mich sehr, weil das so ein 1 zu 1 Kontakt zu unseren Kindern ist. Wie fühlt sich das an, so einen schönen Pokal gewonnen zu haben? Ja, ganz toll natürlich. Wir freuen uns sehr. Das bestätigt uns natürlich in unserem Engagement im Kinderhaus und wir haben ja noch einiges vor in der Zukunft. Also wir freuen uns. Haben Sie denn schon ein schönes Plätzchen gefunden für den Award? Das ist ja nun ganz frisch, dass wir wissen, dass wir ihn bekommen. Aber wir werden einen guten Platz dafür in Berlin finden. Wie gestalten Sie den heutigen Abend jetzt noch nach dem Sieg? Also wir waren jetzt ein bisschen überrascht, weil ich dachte, wir sind erst in 1-2 Stunden dran. Jetzt können wir anfangen den Wein zu trinken, weil das haben wir bis jetzt aufgespart. und können jetzt viel eher feiern. Das ist klasse. Dann sage ich wohl bekommst und noch einen schönen Abend den beiden. Danke. Vielen Dank. Schöne Grüße. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.